herzlich willkommen meine damen und herren zu einer neuen folge die 2 7 days to die mit minja 3 das hat sich beinah gereimt das ei das ei von zwei so ok zusammen bilden wir einen hoden ok machen wir drin schön dass sie da sind und hier noch mal reinschauen wollen wir uns mal so ein eiszombie probieren ich habe 30 und ich habe noch nicht so dass mich kurz einmal nicht aufgeben du kannst ja war der überraschungsmoment in die achsel wunderschöner wieder sich niedergelegt hat ja darum geht es schon mal was passiert guck mal hier ein kleiner friedhof mit dem mit dem gräber schon gelootet eröffnet ist ja auch realistisch und er kriegt jemand zurück aus dem grab raus dass man genau er will mich das ist da kennt er nicht den richtigen auf safety du hast das schön aus du kannst mir mal pfeile teilen spritzer ja spilale anesthesie direkt das ist ein vogel du bist kein vogel bleibt am boden hier hat sie im baum an dem kratzelt und jetzt gucken wir mal hier mal die gräber rein munition hier ist einer hier kommt noch einer raus munition in your head doppel head schwarzkopf mit ins grab zurück glück im ohrläppchen schlag drüber alles klar so was hast du denn im grab wenn man finden sie die er ist schon gelootet die andere aufbordeln müsste doch gerne machen schoffeln direkt ich muss mal hier komm zu mir komm zu mir bitte hier 230 holz hoha aber scheinbar ist nicht heute nicht so problem was denn du äh schraube okay ach die schrotzen munition war hier drin jetzt machen wir mal noch auf hier sind noch zwei sind noch äh was hier das ist das grab oder was ne ist 200 das ist es hier so schrotze geil warte ich geb dir den mun komm her komm zu mir auf die straße ja ich bin da äh da okay du hast was liegen lassen clay ach sorry das kannst du liegen lassen komm wir gehen weiter ja komm lass uns die du musst aber gleich mal ja gut du musst gleich mal ein Inventar machen ja wir können ja die Kiste vorne aufstellen weißt du macht fast Sinn ja 150 Meter entfernt wie viel 150 Meter entfernt meinst du 150 oh oh okay warte mal kurz hier ja paintbrush ja den würde ich fast hau weg brauchen wir nicht so ein Quatsch crushed sand äh crushed sand werbe ich auch weg Schnee kann ich wegwerben wir haben Wasser bei uns um die Ecke bis an Themen hau ich weg die Empty Can also du dich was am Ecke ja da ist ein kleiner See um die Ecke okay cool so drei Plätze hab ich jetzt noch frei beziehungsweise die Schrotze mach ich hier unten rein äh eh nur aber kann ich nochmal Pfeile machen ja ich hab Federn 57 Steine 16 ja die Steine sind das Problem ja hier nicht da einfach rum also Steine können die hier nochmal geben ja nur vier aber wir könnten auch kurz suchen hier ist Steinchen hier komm her ich mach das lieber so muss ich sagen ich hab schon 10 äh äh 13 ja das schon recht oh man der Kollege kommt auch gleich wieder da hinten ist noch ein äh ein Lager ja lass uns so aus die Quest machen oder? ja 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 so so nochmal 20 Fehler ich hab aber um 13 Spezialpfeile na guck mal ja also sieht eigentlich ganz gut aus jetzt zieh da einfach nochmal Pfeile nach hier 29 so kann man noch ein Schild machen? 0 Meter wie 0 Meter 82 Meter Head to Rally Point hier ist eine Rally hier wir müssen jetzt hier müssen ran bin bei dir bin hinter dir hier rinne ne äh hier ist irgendwie Rally Point 50 Meter ach mal hier wird's angezeigt siehst du auf der Straße? ne ne das siehst nur du okay start okay wir müssen clearen Albert jetzt kommt? keine Ahnung ne in die Richtung äh? clear areas wahrscheinlich hier in der Garage oh der geht hochgehen ich looten noch schnell wo das Auto in die Luft geht wow das geht mal schnell das geht viel schneller als ich erwartet habe ich wäre doch niemals stehen geblieben wenn ich das erwartet hätte alter ich dachte das Auto geht erstmal in Stufen kaputt schon tot? ne ich loote tot? mach 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 okay oh das war nicht groß unbedingt stay with center wir müssen hier wir müssen hier bleiben anscheinend jetzt grün hier müssen wir bleiben hier müssen wir bleiben hier ist grün wo ich stehe oh Mist okay das bestimmt hier kommt ein sondern mhm hab ich das Gefühl oder in der Garage hinter uns jetzt gibt's doch nicht sag mal kurz aufmachen ja mach mal auf irgendwann hab ich sie denn auch auf ja oh ja ja hier ist ein bisschen was er kommt jetzt raus langsam oder ich bin bei dir oha tot pass auf er lebt noch er lebt noch oh danke aber der ist doch schon immer ein vor ach nee das war ne andere ok ok sie ok alles klar dann kümmern wir uns um die Leute ich mach kurz auf oder ja 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 die machen wir hier unten auch ja ja ich schaffte schon ok 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 fuck oh geil Sagt ich mal gucken? Ja, guck mal. Ich sehe einen roten Punkt hier. Warte mal, ist das vielleicht dahinter? Es muss hier drin sein. Wir müssen das Ding sauber machen. Alles klar, verstellte. Da war noch ein Tommy. Der war oben da. Warte. Komm mal her, der schafft es schon raus. Ja. Ich kümmer mich noch kurz in den Tare, ich muss was sagen. Ja. Ja, dann hat er. Return to Trader. Das war's. Lass uns die Garage looten. Vielleicht ist hier was Geiles drin. Ist hier kalt? Frierst du auch? Ich habe meinen Außenansicht total gefroren. Nee. Alle chill. Alle chill. Ja, nix. Ich weiß nicht, was ist mit den Dingern hier? Keine Ahnung. Kriegst du den Sand? Nee, ist nix. Da oben vielleicht was drauf. Warte mal, bevor das Auto kaputt zählt. Hier ist ein Bag. Hier oben. Ah, nix drin. Da drüben ist auch noch einer. Gehst du da hin, ja? Ja. Ich guck mal hier, was ist hier, wenn du das looten hast? Ja, Schrotze und Munition gebe ich dir. Echt jetzt? Ja, du hast doch auch Schrotze, oder? Ja, ich habe auch. Die Munition von der Schrotze gebe ich dir und die Shotgun verkaufe ich. Das ist ein Level 1. Was hat denn deiner? Nein. Können wir uns da unterhalten nochmal? Komm ab. Gehen wir zum Händler zurück, weil hier ist saukalt. Ich friere meinen Ast. Du verkaufst jetzt wirklich die Schrotflinde? Kannst du auch haben. Nightshade Powder? Nein, das... Das war nicht... Ich habe sie noch in der Stecken. Ich muss hier aus dem Kalten raus. Ich friere meinen Zappen. Eben bei mir geht's gut. Es ist so kalt. Siehst du das nicht? Nee, gar nicht. Ich bin auch geschillt. Ich bin jetzt richtig gut. Feels like, kann ich dir mal sagen. Machst du auf. Feels like. Ja, 16 Grad. Ich bin... Was? Wo bin ich denn? Feels like 12. Na gut, ich habe ja auch so einen Mandel an. Habe ich auch. Aber hast du Schuhe an? Ich habe eine Mütze auf. Ja, habe ich eine Kappe. Tamina, Coltrice ist 0. Ja gut, die macht halt nichts, die Mütze. Ich habe halt nur so ein paar Latschen. Wir müssen halt... Komm, wir gehen jetzt zum Händler zurück. Magazine Motherload. Vor 30 Minuten... Oh. So ein Buff. Jetzt finde ich nicht gut. Die geben übrigens... Das ist ein 30 Minuten Buff oder so. Die geben übrigens 150 Geld. Oh, neul. Fühle ich gut. Ja, wissen Sie, muss man jetzt so nehmen. Das sagt man... Kann ich noch in... Inventar basteln? Peck Mule? Peck Mule? Ne. Das war das andere. Da gab es ja noch einen. Stimmt, haben wir noch einen Punkt? Ich habe noch einen Punkt. Agility Charging Bull. Aber Peck Mule ist immer voll, oder? Da können wir nicht noch einen Punkt drauf geben. Pain Tolerance. Parcours. Increase safe fall distance by one meter. Das wäre was für mich. Wow. Es gibt eins... Sneak Attack gibt es ja. Hidden Strike gibt es noch. Sneak Attack gibt es mehr? Wo heißt das Sneak Attack? Das heißt Hidden Strike. Ah. 50% mehr Damage. Ist doch perfekt. Das skill ich dann mal. Weil dann ist der erste Schuss auf jeden Fall... ...mit je nach oben... Denn krass, ne? Kann dann schon mal was... Okay. Also nisch mit Dings hier. Ne, dann lasse ich das hier. Ah, das grab ich. Nitrate Powder. Nope. Steroide einfach drücken. Ne, wahrscheinlich verkaufen gleich. Hm. Was kann ich denn jetzt hier loswerden? Nicht... Schade. Naja, doch. Ich könnte Pfeile machen. Ne. Minja? Ja. Womit du? Richtung Hause, also zum Traitor wieder. Womit du? Womit du? Na gleich. Womit du? Womit du? Minja, womit du? Dann liegen wir auf der Karte, du Depp. 167 Meter entfernt. Ich lasse die Elektrik geparkt jetzt hier und ich werde die Bandage einfach usen. Dann komme ich wenigstens ein bisschen vor mir. You used die Bandage? Usen hier eben ab. Hier zeigen Code das Symbol. Code Weather. Siehst du? Ja, siehste, siehste. Siehste, hast du ja gesagt. Siehste, aber das hat lange gedauert. Naja, du bist halt... Ich bin halt mehr in früher, Rützel. Bin auch älter als du. Bald brauche ich ein Deckchen auf dem Bein, wenn ich hier aufnehme. Die Karte, den Karte auf dem Schoß. Ja, Karte, komm her, hör mich. So, weiter jetzt. Weiter, weiter, weiter. Oh, ich bin aus dem Kalten raus, sehr geil. Klebeband, leeres Glas. Leeres Glas hebe ich mal auf, es könnte wichtig sein. Unbedingt, ja. Oh, ich habe ein Sportsbag gefunden. Mit siegen Gläsern. Blueberry Pie essen. Nee, Quatsch. In welche Richtung liegt eigentlich deine Aufgabe? Ich habe keine genommen bisher. Ach so. Genau. Hm. Es war jetzt nichts, was irgendwie... Ja, Zombies klären finde ich eigentlich eine gute Sache, weil es gibt XP. Ich weiß nicht, was, was, aber... Und XP. Mal gucken, was du jetzt kriegst von ihr. Von ihr, ja. Ihm, er. Von S. Ist er. Ich warte jetzt auf dich mit dem Abgeben, damit wir eventually die XP teilen, ne? Ja, das wäre... Ja, cool, ja. Wie weit ist er denn noch? Ach so, 100 Meter. 380 Meter. Ja, nee, bis zu dir, 109. Ich laufe jetzt mal langsam, dann kann ich wenigstens XP generieren. Kannst nicht, ich muss die Birdnets... Wir haben übrigens 57 Fleisch, das heißt, es ist 10 mal Fleisch plus Eier, gibt mal eine richtig geile Mahlzeit. Gibt 10 mal gebratene Speck mit Eier. Das reinlegen später. Ja, ja, wir werden mal... Schönes Festmahl, ganz genau. Ich meine, gebratene Eier mit Speck ist ja wohl auch geil. Mir wird jetzt ein Brot noch dazu fehlen, weil nur rein, denkst du, ist jetzt auch nicht so... Ja, also irgendwas kohlenhydratisches muss schon sein. Ja, kann man nicht so... Ich nehme auch Mais, aber... Mais? Zum Ei? Echt? Ja, doch, das geht. Echt? Findest du? Okay, ja, das ist nicht schlimm. Ei, Bohnen... Ah, okay. So ein Rührei-Style, ne? Ja, ja, genau. In Amerika gibt es ja zum Frühstück quasi das, was bei uns zum Mittag und zum Abend gibt. Die essen ja da zum Frühstück Kartoffeln mit Wurst und Speck auf dem... Mit Bohnen. Speck auf dem... Wie heißt das Ding? Pancake. Siehst du das hier? Ja. Das ist der Händler? Ja. Doch, ja. Ist er doch, oder? Okay, jetzt war ich gerade erst der Händler. Ich habe jetzt nicht auf die Entfernung geachtet. Ich dachte gerade, was ist das für eine geile Base? Ja. Und dann war es doch nur der Händler. Ja, dass der halt so einen Boden spawnt. Das war ja noch schlimmer. Also wie schwer ist das denn zu machen? Oder einfach drumherum, das... Also wir haben ja den Community-Server gewibed, weil der die Probleme hatte, dass er halt beschissen lief und so weiter, weil die erste Alpha auch drauf war und es hieß RNG-Map muss neu gemacht werden bei der 109. Und ähm... Da war wieder so ein... Pff, Jen, ich werde mich nicht dran gewinnen. So, complete. Ah, complete. Ein Huntingknife und eine First-Aid-Bandage. Achso, ich muss jetzt auswählen. Ein Huntingknife oder eine First-Aid-Bandage. Hm. Ein Huntingknife. Ja? Ja. Sicher? Level 1 Huntingknife? Kann ich doch mal... Ja. Wozu denn? Nee, die First-Aid-Bandage ist mir wichtiger. Okay. Ja gut, ist ja dein Loot. Hast du jetzt XP gekriegt? Nee. Tier 1 ist jetzt complete. Hast du auch eine Quest? Nimm du mal eine an. Ja. Ey, Jen. Jen, nur ein Tipp. Nenn mir so viel Tabak und nicht so viel Saufen. Das ist nicht gut. Schwierig. Öl, Gas, Can, Molotov, Cocktail, Öl, Repair Kit. Achso, verkaufen. Soll ich jetzt die Schrotz verkaufen oder willst du sie haben? Meinst du, wir nehmen sie irgendwie auseinander und dann... Nein, wir nehmen sie... Geht das noch mit Auseinandernehmen? Überhaupt? Hm, glaube ich nicht. Das ist Level 1. Ich verkaufe die jetzt. Wie du kriegst du dafür, bevor sie jetzt verkaufen? Ja, ich gucke. 445. Was hast du denn? Du für... Achso. Ich mach das. Ja. Gut. Moment, Moment. Oh. Come back tomorrow. Get news goods daily. Can I see you? Genau. Was kostet denn... Oh, das kostet ja richtig Arsche. Ja, ich hab schon 1.000, hab ich schon. Schäkel hab ich. Wenn du zum Beispiel was zu essen kaufen hier. Wir könnten einen Crossbow... Oder wir könnten uns was zu essen kaufen. Ich weiß es besser, ja. Ja, hier draußen ist ein Automat. Was kostet denn da was zu essen? Sag mal an, weil dann guck ich mal hier mit dem Automaten. Also hier ist zum Beispiel Can of Pasta. Einen hat er gar nicht da. Chicken Soup. Wie gibt's da? Nee, du. Hier gibt's Jakobst essen. Dreimal Chicken Suppe. Nee, ist auch nicht. Lohnt sich nicht. Dreimal Chicken. Könnte ich für 80 kaufen. Dreimal Chicken für 80. Hm. Also 80 pro. Chicken heißt? Chicken Soup. Suppe. Oh, echt? Für 80? Ja. Jo. Komm, ich kauf drei. Ja. Ich hab hier noch 102 Schäkels in der Tasche. Ich verkaufe jetzt die Schrotze. Oder willst du sie haben? Meinst du, sie macht Sinn? Ich brauch sie nicht. Ich würde sie gerne nehmen. Aber du brauchst vermutlich. Du hast doch eine Schrotze, denke ich. Nee. Was? Nee, natürlich. Weißt du, die hätte ich ja schon zweimal benutzt, Freunde. Ach hier, gut. Dann wusste ich nicht. Dann hier, leg sie. Natürlich. Ich dachte, du hättest eine Knarre. Nee, auch nicht. So, hier hast du einmal Essen. Du bist ein Survivor. Check back soon. Ich kauf auch noch. Ach, die schicken sie. Ach, ich dachte, du hättest eine Schrotze. Sonst hätte ich sie noch niemals verkauft. Was? Will der Öl vielleicht haben? Will sie eher du? Ach, ich werde mich nicht dran gewöhnen. Öl? Nee. Öl würde ich ja gar nicht verkaufen, weil wir die... Hab ich. Tut mir leid. Ich hatte überlegt, ob ich Öl verkaufe und dann doch mich dazu entschieden, es nichts zu tun. Alter, mit dieser Stimme. Walter, 10, maximal half 1. Ich würde sagen, wir machen jetzt unsere Forge zum Abschluss der Folge, oder? Was hältst du davon? Ich nehme noch einmal... Was hältst du von der Forge? Ja. Gute Idee. Hier draußen ist Party. Gute Idee. Mistup. Ich laufe jetzt richtig nach Hause. Pass auf, die Tür ist offen. Die Zombies kommen. Gute Idee. Passt da. Hier gucken wir es jetzt. Ja. Kling, kling. Nach Hause, ja. Ich würde... Mein erster Alpha... Hm? Bevor ich sie benutze, sollte ich es killen? Ja. Bellow, ne? Genau, hier ist der Johnny Goat. Wir brauchen auch mal Clay noch. Ich brauche ein Rohr. Rohr haben wir in der Base. Okay, dann gehe ich schon mal nach Hause und mache die Forge fertig. Base, ja. Und ich kümmere mich um... Ne, wir brauchen noch Clay. Wird denn das unsere Basis sein, nur weil wir die jetzt setzen? Obwohl, wenn ich sie setze bei dem Homestone, müsst ihr sie ja wieder aufnehmen können, ne? Theoretisch. Ja, ist ja jetzt auch nicht so, dass man denn keine machen könnte. Das wird schon... Okay. Ich kümmere mich um Clay, wie gesagt. Nein, theoretisch sehe ich hier in diese Richtung ein Clayfeld. Clayfield. Hä? 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 Okay, man merkt, wir sind am Ende eine Aufnahmesession. Vier Folgen haben wir für euch aufgenommen. Wenn jetzt Sonntag ist, habt ihr... Haben wir am letzten Sonntag, eine Woche zuvor... Vier Folgen. Die zwei aufgenommen. Gute Shit, Alter. Äh, Moment. Water, Food. Water ist gut. Ihr nehmt mal ein bisschen Food. Food. Ich da hocke? Nee, ich muss noch ein bisschen drauf achten. Ich bin einfach überladen. Steht das jetzt gar nicht da? Das ist ja ein Food. Ups. Now that's Italian. Auch springen nimmt ja richtig viel Ausdauer weg, ne? Habe ich noch nicht so verachtet, aber gut, dass du sagst, wo ist jetzt mein... Ich bin schon da. Ach, das ist ein Haus. Shit. Also nicht auf eine Karte gucken mehr und Glück haben. Wie können wir jetzt Clay machen? Steine brauchen auf jeden Fall. Clay. Ah, aus Zoll Clay macht man Clay. Also? Ist jetzt Zoll Clay? Ja. Also einfach schippen. Mhm. Und dann craften. Wie viel brauchen wir? Kannst du mal gucken, wie viel Clay brauchen wir? Äh, warte. Ich mach grad den Bellow. Der Bellow ist fertig. Äh, Clay Soil. 60. Clay Soil brauchen wir? Mhm. Clay Soil brauchen wir. Und Small Stone. Den würde ich jetzt mal mit 50 Small Stone. Small Stone habe ich keine. Das heißt, wir müssen hier mal ein bisschen Ressourcenstein kloppen. Dann packe ich mich aber erstmal aus. Oh, hier ist der John Wood. I'm bad. Clay Scrap. Einfügen. Oil. Oil casing. Da, da, da. Cooking Pot. Direkt. Hier. Turn on. Und, was sagst du bisher? Jetzt so nach vier Folgen. Ja, schön. You like it? Ja. Auf jeden Fall cool. Du hast gesagt, Boiled Egg, Officer Tasty. Hm. Ja, warte mal. Ich hab oben Fleisch reingelegt, ohne Ende. Mach jetzt mal Bacon and Egg, bitte. Die sind oben in der Kiste drin. Die hab ich da hingehängt. Hm. Ach, Schematik kann man nicht mehr lesen. Nee, nee. Meine ich nicht. Die muss man irgendwie dann, also, ich weiß noch nicht genau, wie das Crafting Prinzip funktioniert, aber ich hab nur gesehen, dass man anscheinend an der Werkbank da irgendwie, genau. Bacon and Egg kannst nur du. Was, kann nur ich? Ah, du hast das Kochen nicht gelernt. Hab ich nicht gelernt, nee. Okay, warte. Ich kümmere mich jetzt um Wasser, denn. Ja, kümmere dich um Wasser. Ich koch die Sachen ein und du müsstest mir den Säule dalassen, bitte. Den hab ich dir dalassen. Und Eisenlet. Blowberry Seed. Den können wir gleich mal probieren. Gas Barrel. Und Forges. Wo hast du den rein? Hier oben rein? Alles in der Kiste, ja. Oder und. So, dann schauen wir mal, ob wir eine Forge machen können. Äh, kann ich nicht. Weil du Clay brauchst. Nee, hab ich. Ich hab alle Materialien. Nur mal. Ein Bellow. 50 Stone, 60 Clay Stone. Ich hab alles, aber ich muss es lernen. Ich muss es lernen. Mir fehlt mir der Skillpunkt zu. Ha, 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 ha. Ach, ehrlich? Jo. Ja, dann müssen wir jetzt mal. Wir müssten irgendwas lernen, damit wir die machen können. Warte mal, dann packe ich die mal. Wo war denn jetzt der See, mein Freund? Aber dann setz ich mal die Eier an, oder? Dann packe ich jetzt erstmal. Mal erst mal, wo der See war. Das Wasser. Guck mal auf die Karte. War hier nichts um der Ecke. Hab ich's verwechselt? Wahrscheinlich. Scheiße, jetzt war mir Schnee. Ich geh mal, ich probier mal was. Ja. Wie viel Uhr haben wir? 18 Uhr. Ja, bis zum Schnee und zurück komm ich niemals. Ich geh mal, äh, da ist ne Stadt vielleicht. Richtung Westen geh ich einfach. So. Ja, wollen wir, dann komm ich auch mit. Ja. Aber, was wir dort erleben werden, Herr Fleischhammer. Ach nee. Ja, es ist, ich weiß, du hast Bock. Ich auch. Ich genauso. Aber wir haben jetzt 11 Uhr. Es ist leider schon viel zu spät. Es ist wahr. Es ist wahr. Dann, Fleischhammer, warten Sie auf mich. Dann packe ich mich neben dich. Dahin sehe ich auch schon was. Ein schönes rotes Haus und so weiter. Habe ich richtig Bock. Genau, ja. Habe ich Bock. Scheiß. Schade. Ja. Gut, Leute. Herzlichen Dank, dass Sie einschaltet haben zu Die Zwei. Heute wieder. Mit Minias und Fleischhammer. Morgen. Auch. Aber nicht morgen. Zur nächsten Folge. Dann. Bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.